Wir haben schon einen guten Einblick erhalten, was der Industriemeister Metall IHK ist und welche Aufgaben in Zukunft auf Sie zukommen werden. Lassen Sie uns jetzt auf die Kursinhalte eingehen. Der Kurs Industriemeister Metall IHK vermittelt Ihnen fundiertes Wissen und eine breite Palette von unterschiedlichen Themen, welche in drei Module aufgeteilt sind. Zuerst absolvieren Sie den Ausbilderschein, falls Sie diesen noch nicht haben. Dieser Schein belegt Ihre berufs- und arbeitspädagogische Eignung. Im Rahmen des Ausbilderscheins erlernen Sie die Fähigkeiten, um Ausbildungsvoraussetzungen zu prüfen und zu planen. Sie lernen, Auszubildende einzustellen sowie eine Ausbildung zu begleiten und zum erfolgreichen Abschluss zu führen. Falls Sie den Ausbilderschein schon haben, dann steigen Sie gleich in das zweite Modul ein. Die fachrichtungsübergreifenden Basisqualifikationen, die für alle Industriemeister gleich sind. Diese umfassen unter anderem rechtsbewusstes Handeln. Hier vertiefen Sie Ihr Wissen in Rechts- und Sicherheitsbereichen, beispielsweise individuelles Arbeitsrecht, Arbeitsschutz, aber auch Produkthaftung sowie im Datenschutz. Betriebswirtschaftliches Handeln Sie erfassen, analysieren und arbeiten Prozesse auf. Sie lernen das Erstellen von technischen Unterlagen, Entwürfen, Statistiken, Tabellen und Diagrammen. Wichtige Fähigkeiten für die berufliche Weiterentwicklung. Zusammenarbeit im Betrieb Hier entwickeln Sie Ihre Führungskompetenzen. Sie lernen, berufliche Entwicklung zu fördern, die Arbeitsumgebung nach Sozialverhalten und Betriebsklima zu beurteilen und Gruppenstrukturen zu analysieren. Sie lernen auch, Kommunikation und Kooperation weiterzuentwickeln. Diese Fähigkeiten stärken Ihre Rolle als Führungskraft und tragen zur erfolgreichen Leitung von Teams und Projekten bei. Der dritte Block der Weiterbildung zum Industriemeister Metall IHK umfasst die handlungsspezifischen Qualifikationen. Dieser Block setzt sich zusammen aus unterschiedlichen Hauptthemen. Technik Das beinhaltet das vertiefte Wachwissen in Bereichen Betriebs-, Fertigungs- und Montagetechnik. Hier lernen Sie, komplexe technische Systeme zu verstehen, zu analysieren und zu optimieren. Dieses Wissen ist von großer Bedeutung, um technische Prozesse zu steuern und Probleme effektiv zu lösen. Organisation Sie lernen alles von der Planung bis zur Steuerung von Kommunikationssystemen. Sie lernen alles über das betriebliche Kostenwesen, aber auch alles über Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz. Dieser Bereich ist wichtig, um Ressourcen optimal einzusetzen und Kosten zu reduzieren. Der letzte Punkt, Führung und Personal. Hier befassen Sie sich mit der Mitarbeiterführung und Entwicklung. Sie lernen, Teams anzuleiten, zu motivieren und zu fördern. Durch Ihre Führungsqualitäten tragen Sie dazu bei, dass Ihre Mitarbeiter Ihr volles Potenzial entfalten können. Eine gute Personalführung ist entscheidend für harmonisches Arbeitsklima und den Erfolg des Unternehmens. Bereit für noch mehr Einblicke? Klicken Sie hier und entdecken Sie unsere vollständige Infoveranstaltung. Wir bilden Sie in Rekordzeit weiter für neue berufliche Perspektiven. Wir bilden Sie in Rekordzeit.